Urdhva-Hasta-Hanumanasana gehört zu den fortgeschrittenen Vorwärtsbeugen, die gleichzeitig zur Rückbeuge werden. Hanumanasana bedeutet die Stellung von Hanuman und ist eine Bezeichnung des Spagats, manchmal auch genannt Purna-Anjaneyasana. Aus dem Spagat heraus hebe die Arme nach oben. Hasta heißt Hand wie auch Arm und Urdhva heißt nach oben ausgerichtet. Du kannst aber entweder die Arme ganz oben haben oder die Arme auch leicht nach hinten geben. Vom Standpunkt des vorderen Beines ist es eine Vorwärtsbeuge. Vom Standpunkt des hinteren Beines und des Schultern und des Rückens ist es eine Rückbeuge. Und so ist Urdhva-Hasta-Hanumanasana eine interessante Stellung, um gleichzeitig Vorwärtsbeuge und rückwärtsbeugende Flexibilität zu entwickeln. Es rentiert sich, diese öfters auszuprobieren.